Hey Leute, willkommen zu einem neuen Minecraft Forge Modding Tutorial. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr die Mod exportieren könnt und euren Freunden geben könnt, damit diese miteinander spielen können. Und eben ihr auch mit dieser Mod spielen könnt. Denn hier kann man sie ja nur in dev benutzen und dort kann man dann nicht online spielen und solche Sachen. Und genau das wollen wir nämlich hinbekommen, dass wir eben die Mod einfach als JAR Datei haben und die jedem geben können, der die in seinen Mods Ordner tut. Gut, das geht relativ einfach. Zuerst sollten wir aber erst in der Build Gradle, die ihr hier seht, ein paar Sachen bearbeiten. Und zwar stehen da einige Sachen über den sogenannten Build drinnen. Wir haben ja hier auch unsere mcmod.info Datei, wie man sehen kann. Und dort ist ja diese Version und diese mc-Version einfach so drin. Das wird zum Beispiel bei diesem Process Resources automatisch durch die neueste Version, die wir hier angeben und durch die mc-Version, die eben compiled wird, während wir das hier machen, ersetzt. Das heißt, das passt alles so. Da müssen wir auch nichts ändern. Das Einzige, was wir groß ändern sollten, ist das hier. Und zwar sollten wir hier unser Group angeben. Das ist ja nicht so wichtig, aber die sollten wir angeben. Und zwar ist es die Maven-Gruppe an sich, die man hernimmt, um das zum Beispiel für Maven-Repositories richtig herzunehmen. Deswegen hier gehen wir dann einfach an, was wir zum Beispiel hier angeben haben. Das heißt, net-highgraph.d-tutorial-mod. Einfach diesen Package-Namen an sich. Boah, ich heiße das natürlich anders. Bei mir heißt das dann net-highgraph.d-tutorial-mod. Perfekt. Und hier bei achieved-based-name geben wir einfach die mod-id an. Zum Beispiel tutorial-mod. Perfekt. Jetzt hier der Version. Hier steht 1.0. Ich gebe das immer gerne mit 1.0.0 an. Jedoch ist das ja jetzt zum Beispiel nicht die 1.0.0, sondern weiß ich nicht 1.0.0 minus Snapshot, was auch immer. Da könnt ihr einfach dann jegliche Version angeben, die ihr wollt. Ja, natürlich sollte die eine normale Version sein. Das heißt, ihr solltet da jetzt nicht A, B, C, D, E, F, G, X, Y, Z minus 5 reinschreiben. Denn das ist keine gültige Version. Die muss schon den, ja, Guide-Name-Conventions, wie hier steht, ja, richtig sein. Sonst gibt es da auch Fehler beim Compilen. Deswegen einfach eine normale Version hernehmen. Und ja. Gut, dann wie exportieren wir das? Das heißt, wir gehen jetzt hier rechtsklick drauf, gehen Show-In und dann System Explorer gehen einfach eben in unseren Ordner rein hier. Dann machen wir Shift, rechtsklick, öffnen hier die PowerShell oder die CMD. Bei der CMD müsst ihr dieses Punkt Slash vorne nicht hin machen, bei der PowerShell schon. Und dann gehen wir an Gradelove Build und drücken Enter. Denn nun startet der den sogenannten Build-Prozess. Bei dem wird eben dann einfach die, ja, Klassen, die wir programmiert haben, kompiliert. Und dann, ja, noch obfuscated, damit man die im normalen Microfair nehmen kann. Und werden einfach exportiert. Diese Jar findet ihr dann im Builds-Ordner und im Libs-Ordner. Gut, dort habt ihr dann einen Jar, die heißt, ja, Tutorial-Mod-1-0.0-Snapshot. Und eine Sources, die Sources braucht ihr nicht, denn da ist einfach der Source-Code von euer Mod drin. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Hier ist einfach der ganze Source-Code von euer Mod drin. Und, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, was wir eigentlich brauchen. Aber hier ist das Wichtige drin, das ist die Jar, die ihr jedem könnt, der mit euch spielen möchte. Und, ja, die könnt ihr dann einfach geben und dann wird auch die Mod, ja, hergenommen. Perfekt. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein. Ciao.